So, rat mal wo ich bin. Ich bin zu Hause, Snoopy. Wir haben uns gefreut, ne? Wir haben richtig rumgeheult, wir zwei. Schnuppi. Komm her, Küsschen, komm her. Komm her, Küsschen, 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 Küsschen. Küsschen. Na, ich weiß, du küsst nicht gerne. Nur einen. Na ja, wir sitzen, ist auch gut. So, guck mal, ich habe hier, ich habe gar nicht mitgerechnet, einen Ballon, einen Ballon von Astrid in die Hand gedrückt bekommen. Ja, der Schlüssel war natürlich nicht in Gummistiefel, ja, weil Astrid dachte, ich komme später und noch am Schlaf. Sie wollte dann den Luftballon eigentlich an die Haustür binden und den Schlüssel in Gummistiefel tun, aber ich weiß ja, wie ich sonst ins Haus komme, ne? Verrate ich euch nicht, sonst macht ihr das auch so, ne? Ja, willkommen zu Hause, alles gut, ich melde mich später nochmal, ich muss erst mal einen Kaffee trinken. Ja, tschüss.